Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu 1... buaaaaaaaaa neuen Folge LS- Ja, ist klar, ist klar! Verneig dich von mir, du Bitch! Wo bist du? Na oben. Komm runter. Und küsse meine nackten Füße, du Mond. Geh auf den Knick! Junge, und lass dich mal richtig versäulen. Du kannst ja gar nichts! Hast du gesehen, man! So, komm die nächste ist dir, man. Okay. Schau mal rein hier. Aber hier, nicht hier halbe Strecke wieder vorrennen, ne? Ne, ne. Ja, ja. Rupan-Gas-Flaschen-Weitwurf. Bischau explodiert. So. Keiger, schau dir mal einen Gang hoch jetzt an der Karre. So, bist du bereit? Ja. Und... Zack! Alter, ich wär noch weiter... Alter, ich wär noch weiter... Boah, du bist so bescheißer. Ich wär noch weiter vorgegangen, ey. Was? Ohne Mist, du könntest auch ein Album mit Flair machen. Dann ist dieses Drei-Punkt-Wurf. Drei Schritte gehen, dann werfen. Ja, ist alles klar. Eins, zwei, drei. Ja. So, das war's, mehr gibt's nicht. Wie, mehr gibt's nicht. Ja, mehr gibt's nicht. Ja, mehr gibt's nicht. Oh, pass. Wupp. Süßer Wort, geil. So, na komm, hier, geh gleich verkaufen. Ich mach mein Güllezeug weiter. Bist du verkaufen, Tiger? Kann ich doch machen, wenn du willst. Dann geh ich dich verkaufen. Rum, 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 ich fahr mit dem Drecker. Rum, 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 mit dem Drecker fahr ich rum. Wo muss er denn auch hin? Geht die C-Steuerung nicht mehr an. Landhandel war das, glaube. Landhandel. 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 Palate. Äh, hallo? Also, wenn man jetzt nicht gut Kohle gibt, weiß ich auch nicht. Geht die C-Steuerung nicht mehr an. Du musst die Leertaste drücken. Geht nicht. Weiß ich nicht. Steuung rechts. Ja, es kann sein, dass es bei einigen auch Steuerung rechts ist. Toll. Geht noch mal reinfahren. Weiß ich 9.000, äh 9 Liter. Hallo? Achso. Wolle ich gerade, ob wir noch irgendwas haben, was wir verkaufen können? Füßi. Haha. Oh. Hey, Manus. Hm? Weißt du was? Weißt du mehr? Du stinkst. Weiß? Du stinkst. So. Stink? Ja. Ja. Ja, du, ist doch kein Wunderfriesen, wenn der Gülle fährt. Ja, du, ist doch kein Wunderfriesen, wenn der Gülle fährt. Ich kenne jetzt meine Angehörigen gar nicht so, äh, bezeugen. Oder? Sagt deine Mom was anderes. So, warte mal. Hat er alles rausgeholt hier? Oh. Tatsache. Da ist ja wenigst drin. Aber wie gesagt, äh, was wir Kohle machen können, Tiger, wenn du überlegst. Was ist hier liegen, wie bei einem Müllsäcke rum, ohne Ende. Ach, apropos, warte mal. Friesi hatte doch letztens mal gefragt, da Müllwagen eine Anzeige hat, wo, wieviel Müll noch einpasst, nur? Ja. Warte mal, ich mein, dass man da einfach nur einsteigen muss, die Taste X, glaub ich, drücken muss. So, ich muss mal selber angucken. Mh, pam, 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 pam. Genau, Steuern links und V, machst du das hat an? Ganz kurz, äh, 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 äh. Also ich fahr die, soll ich die Gülle hochbringen, ja, zum Separator? Würde ich sagen, dann können wir die Streu entweder bei der Kühe reinschmeißen als Stroh oder vielleicht als Biogas wieder produzieren. Oder Wasser. Hey, Wasser, warte mal, was haben wir da runtergefahren? Na, Gülle oder hier, Gärreste, machst du Wasser raus. Gärreste, genau, Gärreste haben wir runtergefahren. Gärreste kommen ja raus. Geld kommt. Nee, was kommt, was macht das Separator? Was kommt da genau raus? Ich denke mal, ein Streu und Gärreste, weil Gärreste ja theoretisch in der Rest von der Gülle ist, was... Gärreste, ja, und ein Streu. Was gekürt ist. Wir sind reich. Oh, was, ne? Oh, gell. Gut, aber es könnte auch, einer könnte zum Beispiel auch oben Apfelpaletten holen. Dann, äh, das Gemüse muss noch versorgt werden, weil da kann man noch nicht alle am Laufen. Da fehlt uns Wasser. Echt? Ach ja, Wasser. Wir brauchen Wasser übrigens. Ach, ich finde, es lohnt sich schon, die Gülle einmal zu separieren, oder? Joa. Bevor wir sie von Wasser nehmen, ich meine, ich könnte ja auch direkt ins Klärwerk fahren, aber... Die Gärreste könnten wir auch ins Klärwerk fahren. Gärre, du hast die Gärreste immerhin gefahren. Joa. So, Friese, wenn du jetzt mal den Müllwagen einsteigst und Steuerung V drückst, was das hat angeht, dann siehst du, dass da zwei Müllsäcke von 53 drin sind. Das ist dann deine Anzeige wegen Müll. Spastie. Boah, da kommt schon der Traktor, doch. Oh, komm hier. Hey! Soll ich uns mal was zeigen? Was denn? Der geht, oder? Aber hallo. Vollgas! Kannst du den Trottel? Ja, der ist mit im Klaas-Fanclub. Ich mach jetzt ein Foto von mir. Du hast es auf Instagram. Und dann? Wie soll ich am besten gucken? Wie soll ich gucken, Füzi? Romantisch, so sexy, verführerisch. Was? Romantisch? Warte, mach ich. Mach ein Foto für dich und guck romantisch. Und post auf Instagram. Jetzt gerade. Oh mein, Füzi, nur für dich. Warte mal kurz. Warte, warte, warte. Noch eins, ja? Aber das habe ich das gerade gemacht. Ich habe da hier so Dinge. Aber das hat gut mitgebracht, das Biogas, oder? Ja, auf jeden Fall. So, pass auf. Leute, ich hoffe, ihr hatet mich nicht, aber ich muss jetzt... Warte. Warte. Warte mal, wie machst du das jetzt, wenn ich das teilen will? Ah, gespeichert. Okay, alles klar. Okay. So. Warte. warte da das war kurz die grs raushauen wenn jeder sieht es natürlich auch schon ein stückchen her in der mitte wird das ja damit die kommen die gülle kommt nichts soll ich sehen ja mann bleib ruhig ich habe nur fünf prozent akku also wo kommen denn die gülle entladen hier beim separator meinst du ja wenn du davor stehst auf der linken seite wenn ich ihn angucken auf der linken seite genau bitte kommt dann das einstreu raus und rechts und die geröste okay jetzt foto lädt hoch war der ich muss sie entladen warte 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 ach übrigens was ich ich musste die eine folge musste ja so lachen warum wo ihr die obstkisten ins dorfland reingespissen habt ihr hättet ihr einfach nur vor das fenster fahren brauchen und mit url einfach einladen brauchen ja 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 ich weiß ich weiß also ich hab die folge ich musste so lachen war eine witzige folge alle folgen die wir machen sind witzig ja aber ich sag mal so so diese dieses vor wegen mit den wieser froh oder die apfel kisten da reingepresch hat ist halt wieder was anderes als ach hier kommt nix auf insta bin auch noch nicht so weit auch musst du wieder dein wie heißt du auf insta ach fußi bonn musst du dann wieder dein hashtag fantastic wie heißt du auf insta junge bitte hoch hab dich gepusht das ist um echt jetzt ja ja jetzt ist das merkt mal und schaff dich in einem kommentar weh das war nicht spaß dir werdet ihr nicht oder was werdet ihr extra dicker kussmund bitch kannst du mir das bild mal per scrub schicken weil ich hab ja kein instagram hashtag helmut du kannst ja trotzdem mal äh du kannst na helmut alles klar helmut du kannst ja trotzdem instagram gucken ah ok einfach auf instagram und dann weg meine das lp ok ach man war das wieder unproduktiv vorher oh ne scheiße naja gut aber was hast du gemacht für sie ich hab das gas verkauft ok 130.000 was wollen wir uns kaufen leute besseren traktor dafür werden wir nichts kriegen naja wir sollten uns jetzt die schnee schaufel kaufen ich müsste mal was anderes fragen und zwar was ist denn mit diesem gülle überlade dings da brauchen wir das teil die rüscher nicht weil wir können sie mit mir direkt rausziehen ja deswegen kann das eigentlich weg ich würde ich sagen verkaufen das oder ja die hier in der stadt ja auch party gefeiert hallo so viel müllsäcke wie hier rumliegen ja war weihnachten damals schon ein oder was ja so was müssen wir noch machen was muss man jetzt noch machen das ist die frage was man auf jeden fall machen können das gras mähen für die bga ich weiß gar nicht ob wir zwei winter beginn überhaupt noch gras werden können weil so wie das gras hier aussieht man kann es mehr mähen kann durchaus sein ja weil er eigentlich schon frost da ist ich mache uns schon mal winter fertig steck alle geräte in schönen schuppen plane drüber ich hab's vergessen ich hoffe dass ich auch weil das halt genug gras und sowas haben für um die tiere überwitter zu versorgen gras können das ist vorbei hätte man noch einfahren müssen vorher dass jemand deutsch ich weiß nicht nehmen die kühe eigentlich nur gras oder nimmt die auch wir haben hier schon mal 445 liter milch das ist eigentlich ganz chillig oben auf der auf dem auf der freien weide ich überlege eigentlich ob ich da noch mal kühe hinbringen du und deine kühe immer moderiert die folge ab gut aber meine freunde wir sehen es natürlich in der nächsten folge wieder lasst das däumchen da wenn es euch gefallen hat wir sind erst noch raus bis dahin tschüss tschüss